Heute noch schnurren alle von Muri seinen Brüllen. Ich meine, unser Nationaltrainer sieht fantastisch aus mit diesen Brüllen. So maskulin, Brille, Feilmann. Ja, könnte man denken, dass das der Optiker ist. Aber hallo, hey, Erbeine für Mane, das ist sein Optiker. Ich habe übrigens denselben. Ich träge das Modell Macho der Firma Rico.